Hi Leute hier ist wieder euer Matrix am Start und diesmal habe ich einen mega geilen unendlich Geld Glitch für euch und zwar ihr bekommt alle zwei Minuten wenn ihr schnell seit 850.000 GTA Online Dollar und das natürlich nur mit dem Edda mit anderen Fahrzeugen bekommt ihr vielleicht ein bisschen weniger 750 oder 700.000 aber das ist doch schon mal eine coole Sache alle zwei Minuten dieser Glitch ist absolut brandneu Leute nur für euch und ich werde euch nachher auch noch gleich sagen warum ich den rp Glitch noch nicht hochgeladen habe das werde ich euch aber gleich nachher sagen jetzt weiter zu diesen unendlich Geld Glitch ihr müsst erstmal einen Kumpel in eure Garage einladen ihr müsst euch nicht von dem Bullen töten lassen gar nichts wie bei den anderen Glitchen dieser Glitch ist der einfachste auf der Welt ich zeig das euch auch gleich aus zwei Perspektiven dass ihr es besser verstehen könnt erstmal stellt ihr euren Fahrzeugzugang auf Beifahrer um nur auf Beifahrer funktioniert dieser Glitch dann steigt euer Kumpel in euer Fahrzeug ein so dann drückt euer Kumpel Steuerkreuz nach unten und wählt einen Offline Charakter aus und dann bleibt er in diesen in diesem Menü wo man auswählen kann ja oder nein und wenn ihr aus der Garage raus fährt wenn ihr rausfahrt dann müsst muss euer Kumpel euer Kumpel jetzt kreis drücken jetzt kreis sobald ihr sozusagen das Tor sehen könnt muss er kreis drücken und dann ist der Glitch eigentlich schon fertig ihr fahrt einmal eine Runde hier kurz und dann fahrt ihr sofort wieder in die Garage rein und dann könnt ihr euer Auto verdoppeln das werde ich euch gleich zeigen Leute und dieser Glitch ist wie gesagt so was von einfach den schafft jeder er funktioniert natürlich auch auf der Xbox ich kenne einen der hat ihn auf der Xbox schon gemacht und er funktioniert da auch so jetzt gehen wir hinten auf unseren Spot auf dem blauen Spot und wählen unseren Edda aus und dann wählen wir einfach ein anderes ein beliebiges Fahrzeug aus und schon ist unser Edda kopiert oder natürlich andere Fahrzeuge wenn ihr keinen Edda habt es geht mit allen Fahrzeugen und dann steigt ihr in dieses Auto ein wo euer Kumpel noch drin verpackt ist und was machen wir jetzt natürlich fahren wir einfach zum LMS Customs und verkaufen das Auto ihr müsst sonst nichts machen wie gesagt hier oben seht ihr noch mein Kumpel ist immer noch da drin verbuggt in der Garage er wird später unter der Map spawnen er kommt aber dann auch wieder hoch kein Problem also ihr seid da nicht für immer gefreased so Leute jetzt verkaufen wir das Auto für den Vollpreis ich habe leider mein Auto nicht voll getunt weil ich noch nicht so weit gespielt habe ich bekomme nur 720.000 aber 720.000 oder bei einem vollgetunten 850.000 ein hammer geiler Glitch ich finde den einfach so der Hammer und jetzt verkaufen zack ihr seht auch euer Kumpel ist hier wieder gespawnt und gleich wieder durch die Map fallen und unter die Karte so Leute und was müssen wir jetzt machen ihr müsst euch wieder ein Fahrzeug kaufen am besten das Fahrzeug was gratis ist gibt es im Store im GTA Online Store also nicht im PSN Store und da kauft ihr euch einfach wieder so ein Fahrzeug dass ihr den Glitch wirklich jedes Mal hintereinander machen könnt weil sonst müsst ihr immer 45 Minuten warten bis der Glitch funktioniert wieder funktioniert also kauft euch so ein Fahrzeug und dann funktioniert der Glitch jedes Mal oder besser gesagt ihr könnt jedes Mal euer Auto verkaufen kopieren könnt ihr die Autos so viel ihr wollt so Leute und jetzt hier könnt ihr das Auto sehen das ist gratis wird jeder von euch kennen und wir kaufen uns einfach so und dann werde ich den Glitch einfach nochmal machen dass ihr sehen könnt dass er funktioniert so Leute ähm jetzt kommen wir noch zu dem Thema rp Glitch ähm leider ich wollte ihn hochladen aber er ist leider gepatcht und ich muss erst einen anderen suchen es tut mir wirklich sehr leid dass der dass ich ihn nicht hochgeladen habe Leute aber jetzt zu einem anderen Thema erst einmal ein fettes Dankeschön am MontanaBlack dass er mit mir ein Video gemacht hat und es auf seinem Kanal hochgeladen hat und weil ich ja jetzt schon über 50.000 Abos habe ähm werde ich auch ein fettes Spezial raushauen und zwar nächsten Samstag und was gibt es da in diesem Spezial zu sehen erst einmal ich habe in meinem 40.000 Abos Spezial gesagt dass ich jemanden ähm sozusagen helfen werde der wo ein kleiner YouTuber ist und sie soll mir Videos schicken einem von diesen Leuten die wo mir Videos geschickt haben wird sozusagen der Hintergrund von meinem Ankündigungsvideo für die Preise sein und die Preise sind das kann ich euch schon mal jetzt sagen ein Modding Controller also nicht zum Cheaten oder so sondern mit LEDs mit einer extra Hülle von also ein PS3 Controller mit einer extra Hülle richtig fett als zweiten Preis gibt es einen Gamescom Karte von mir er kriegt eine Eintrittskarte für die Gamescom und als dritten Preis gibt es natürlich eine PSN Card 20 Euro deutsche PSN Card also Österreicher tut mir leid sorry ich habe nur ich kaufe nur deutsche PSN Cards vielleicht gibt es auch mal österreichische PSN Cards beim nächsten Spezial genau das mache ich hier beim nächsten Spezial gibt es österreichische PSN Cards und so hier wie ihr sehen könnt ich mache den Glitch jetzt nochmal genauso wie vorhin er funktioniert unendlich hammer geiler Glitch und wie gesagt nächsten Samstag werde ich dann das 50.000 Abo Spezial hochladen da gibt es als ersten Preis diesen Controller mit LED mit verschiedenen mit anderen Knöpfen mit einer anderen Hülle mit Totenköpfen und dann als zweiten Preis gibt es für die Gamescom eine Eintrittskarte und als dritten Preis 20 Euro also 20 Euro PSN eine PSN Karte fuck you ich habe wieder versprochen verdammt egal und ähm ich freue mich auch schön auf eure Kommentare und ich werde euch dann genau erklären was ihr für diese für diese Preise machen müsst es wird ein kleines Gewinnspiel geben und ich habe mir schon einiges ausgedacht und ich würde auf jeden Fall mich sehr freuen wenn ihr einfach am Ball bleibt und wie gesagt es tut mir nochmal sehr leid wegen dem RP Glitch er ist leider gepatcht ich kann ihn nicht hochladen oder könnte natürlich schon aber er würde bei euch nicht funktionieren so Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen und ich würde mal sagen haut rein also Leute ciao euer Matrix Nicht zu vergessen hier melde ich mich nochmal zurück wenn ihr Glitch Kollegen braucht um zu glitschen dann geht einfach auf German GlitchTVs und meinen TeamSpeak Server unten in der Videobeschreibung ist die Serveradresse wer nicht weiß was ein TeamSpeak ist oder wie man den bekommt es ist auch ein Link drin ein kleines Video wie man ihn sich installiert und wo man sich natürlich kostenlos runterladen kann vollkommen legal also nochmal in diesem Sinne Ciao Leute euer Matrix Ciao Leute